Hey, du! Ja, du! Weißt du, was das hier ist? Saxophon? Ah, das war leicht. Aber weißt du auch, wo die Klappe für das C ist? Eins, zwei oder drei? Drück einfach auf den richtigen Knopf. Und wenn es richtig ist, bekommst du ein Geschenk. Also, drück jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020